ARD Text im Auftrag von Funk Gut, Feuer frei. Warte, kurz abchecken. Nee, 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 nee. War zu langsam. Ah, ja, ja. So. Ist irgendwie schief da? Du stehst ein bisschen schief da. Nee, das passt so. Verdammt. Passt das so, wirklich. Ah, wenn du schon wieder wegfährst. Ähm, ja. Gut, danach laden wir aus. Ich fahr mal zurück zum See. Wir können doch mal vorspulen. Was? Lad erst mal auf. Ja. Könnte mal vorspulen, damit die Felder mal fertig sind. Ich bin mal dreschen. Tu die ganze Zeit nichts anderes Holz. Warte, wie darf ich dreschen? Das, das Getreide darfst du dreschen. Ah, das ist ja langweilig. Nee, 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 nee. Weil sich jemanden nicht auskennen sollte, äh, dreschen ist auch ein österreichisches Wort für jemanden schlagen. Genau, verhauen ist bei uns dreschen. Und wo kommt das wohl, ne? Getreide dreschen. So, weg mit dir. So, wo ist das See? Da unten ist das See. Kami, Katze! Juhu! Ich sag, es geht viel einfacher, das so zu transportieren. Vor allem bergabwärts. So. Noch mal ein Abhang runter. Wir hatten ja noch nicht genug abhängig auf dieser Strecke. Der könnte irgendwie so einen Ablauf, äh, welches Abfahrt machen. Skiabfahrt. Kaufen, sägen. Ich will ein Rennen mit dir machen. Ein Rennen. So. Ja, erst verkaufst du das Holz, dann kaufe ich mal den Pickup. Alter, wie haben wir eine Million zusammengebracht? Lol. Ja, ich nehme den Schwarz. Ja, Schwarz, ey, wie die Nacht. Ja, der, ich bin der Hupe. Okay, da wenigstens nicht die Smart Hupe. Oh, Drift-König! Jihaa! Bong. Toll, ey. Ich kann echt nicht fahren. Und rüber, rechts, links, hoch, oberts. Spring! Schade, dass man Leute nicht überfahren kann. Das wäre jetzt voll GTA-Style. Man kann die Heckklappe aufmachen. Das ist ja so wichtig. Aerodynamisch richtig beugen. Ja. Weißt du, wie wenn du steuerst? Ja, das ist wirklich gut fürs Konto. Da ist Hartmann! Attacke! Jaaa! Achso, da sitzt du gar nicht drin. Wo bist denn du? Ich dachte, du sitzt im roten Ding drin. Nee. Ich hab das Holz noch nicht verkauft. Achso. Mal guck, such mal den mal. Wo ist denn der Kerl? Bin auch immer oben. Du den Kack so daneben leerst? Ja, ich hab halt hingequotet. Wie du mit deinen weißen Kügelchen auf der Gamescom. Ja, das war bei mir wenigstens sinnvoll. Drift! Wow! Jaaa! Jaaa! Lass dich der Klappe aufschießen. Ich weiß. Ich hab's echt aufgemacht. Aerodynamischer. Aber der trifft ja nicht so schön wie der Kettenbagger, ey. Der Ketten-Traktor. Doin! Ich fahr hier alles um. Brauch doch, ihr kennt das auch. Bleibt Flöcke. Nur schade ist, dass die auch innen drin das gleiche Sound hat wie draußen. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Wow! Nein, ich hab jetzt mal einen Drift. So, bist du! Da ist der Hartmann. Komm, beeil dich! Ah, Telefon ausweichen! Das ist eine schöne Ladung. Doin! Warte, ob es falsch ist. Ups! Joa, wenigstens kann erklärt dann der Pick-up. Oh, dieser Rundsachsfahrer! Das ist doof, da muss man in die Tastatur greifen, wenn ich huppen will. Lalalala! Ui! Vollgas! Cool! Was denn? Man kann die Fahrtrichtung beim Transportgerät umdrehen. Ach nee, das habe ich vorhin schon zweimal gemacht. Habe ich nie mitbekommen, ich bin einmal rückwärts gefahren. Komm! Ja, das dauert ja auch lang. Hast du jetzt den Rennstreck abgesteckt, Rocktocks? Wo? Nee. Wir fahren einfach. Wer das erstes am Hof ist, hätte ich gesagt. Jetzt verkauf mal! Oh, jeder Dift hat aber ganz schön. Wir könnten dann hier auch mal Bäume anpflanzen. Ey, du bist vorbeigefahren. Daher kannst du ihn verkaufen. Durch, dachte ich hier durch. Nee. Zurück. Bipped, biep, 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 bieiiiiiiiiiiiiiiii, uooh! Kann man schon driften, ey. Nice! Rechts! Abbiegen! Rechts! Und ich dachte ins Wasser rein. Kannste auch machen. Hier musst du ja abladen. Bumm! Wie krieg ich die Eisenbahn dazu, dass du fährst? ein paar mal dagegen fahren hilft sicher der kult der truck hat ja sogar alu reifen wie genial scheibenbremsen und wie kann ich das jetzt abladen ja mit deinem kran muss ich das da rein laden nein einfach neben die ich ablegen ja oder du fährst ins wasser ich fahr mal ins wasser wasser so jetzt haben wir eine million und 993.000 mal schauen wie viel haben wir den hartmann ins wasser geflumpst ist nicht fest scheiße nein nein ok borschen haben es doch eine million 224 das ist ja doch ordentlich so bräuchte hilfe das fahrzeug stehen wir zurücksetzen bin frei ich bin frei ich bin frei darf das schon kommen ich werfe dir ein seil zu ja ja ich bin gerade macht kass auf so ja muss jetzt kurz klopft bei mir natürlich eine tür so dumm komm hier mit den gleisen aufstellung ja scheiße so so ok war zurück so warte in der nähe von der ablade dingen bei der bahn ist ein ich glaube ich ein ausrufezeit dort kann man die bahn los schicken ok gut also wir fahren zum bauernhof oder 3 2 1 los verpiss dich jay ich bin führung gas geben er ist mit dichter auf den fersen verdammt die scheiß brücke ey die brücke ist so kacke ey die brücke ist so kacke ey ah nein hängen bleiben nicht hängen bleiben nicht hängen bleiben Ecke, er fällt ein oder Straße? Egal Egal ok, Kör fällt ein ok verdammt, ist der Händler, da will ich nicht hin ich darf nicht lenken ich darf nicht lenken ich darf nicht lenken verdammt, der kürzt ab der Arsch kann ich auch ja gewonnen ok kaka 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 Nur weil du mich abgeschoben hast, du Arsch. Das ist beim Rennen so üblich. Komm, Crestermy, yay! Bumm! Er legt sich auf die Seite, ey. Fahr mal einfach nur so ein bisschen rum, oder? Ah, hoppala. Ich häng hier irgendwie. Ich auch, warte, ich hör mal raus. Verdammt, der ist hier hinten. Warte mal, ich muss euch schon was machen. Da sind wir ganz schnell da. Ich muss ein Fazit zurücksetzen. So, da war noch irgendwo die Zange. Straßen fahren für Mädchen, genau. So, bleib mal schnell stehen, ich hab ne Idee. So. Ja, gib Gas, du scheiß Ding, ey. Uh, spring. Hartmann, steig noch mal in dein Auto ein. Ja, ich ahne Böses. Hier kommt der Dracosaurus. Ja. Ich liebe es, Autos zu essen. Nam, 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 nam. Ah! Dann, wie ging das nochmal zu? Ach so, ja. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich muss nochmal zugreifen. Wichtig. Dank. So. Komm, schnack nochmal ein. Ja. Jetzt fahr mal. Ja, jetzt ist das cool. Ich hab hart, Mann. Ich hab hart, Mann. Nein! Nicht auswerfen. Nein! Nein, ich will dich wohin bringen. Äh. Nicht. Jetzt hörst du auf. Der fährt der Arsch. So, jetzt hab ich ihn in der Kontrolle. Fahre ein bisschen spazieren, ich habe ne Idee Rocktalk Stresschellen oder wie? Ja, genau Hör auf da, dich zu wehren Hör auf dich zu wehren Nein, ich gebe niemals auf Kannst ja probieren Ey, bleib so wenigstens in deinem Auto drin Ich will was mit dir machen, komm steig nochmal ein Ey, steig dir wieder aus Ja komm, steig halt ein Steig ein, steig ein Hi Luis, servus So steig ein, Rocktalks Ich habe ja fast gesagt, Stocktalktalks Sofort, warte, warte, warte Oh, ich weiß schon was gekommen Sofort, warte, 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 warte Sofort, warte, 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 warte Sofort, warte, 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 w